Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mist Survival. Ah, wir haben abends, okay. Was wollte ich tun? Ich wollte ganz viel bauen. Was fehlt mir hierfür? Erstmal der Hammer, Metal Scraps und Komponenten. Wo habe ich den Hammer hingetan? Wir werden heute das, was wir hier drinnen aufbauen wollen, auch tun. Und machen, Metal Scraps und Komponenten habe ich nicht. Und dann werden wir bei Zeiten schlafen gehen. Und morgen früh werden wir ganz viel, Metal Scraps bräuchte ich wieder. Wir werden ganz viele Blaupausen aufsammeln. Und eventuell, tja, ich müsste eigentlich einen Bären erledigen, ne? So, haben wir hier einen Grillstand. Jetzt brauche ich einen Water Barrel. Und zwar, kurz überlegen. Das hier, Essen und Trinken. Das ist der Grillstand. Crop for all. Oh, wir müssen unbedingt was anpflanzen. Ich habe auch keine Schaufel, ne? Wir brauchen alles. Wir brauchen eine Schmiede. Wir brauchen keinen Strom erst mal. Work Bench. Da die Repair Bench werden wir brauchen. Wir brauchen einen Water Purifier. Und den werde ich hier drinnen aufbauen. Ich will da jederzeit rankommen können. Und solange wir draußen, wir haben nicht genügend Material für einen Zaun, solange wir das nicht zusammen haben, werden wir das alles hier schön hier draußen hinstellen. Wir können es immer noch draußen, äh, nach hier drinnen hinstellen. Wir können es immer noch draußen stellen. So. Habe ich irgendwas, was ich reinhauen kann? Metal Scrap schon mal. Oh, siehst du, wir bauen Firewood, vier Stück. Jetzt ist die Nacht eingebrochen. Eingebrochen, ja, die ist eingebrochen. Ja, ich glaube, wir legen uns mal hin. Könnte vom Hunger her klappen. Wahrscheinlich wachen wir noch mal wieder auf. Ich hätte mir schon ein Bett bauen können, ne? Wahrscheinlich wachen wir noch mal wieder auf, weil, ähm, die, ähm, Zombies nachts unterwegs sind. Aber das muss jetzt einfach mal so klappen. So, wir haben 19,43 und ich will jetzt ganz viel, ich will jetzt den nächsten Tag wieder haben, äh, 6 bis 6 Uhr. Ich überlege gerade, machen wir bis 6. Das ist ziemlich lange, ne? Könnte zu Problemen werden. Habe ich was zu essen dabei? Ich glaube, ich sollte noch mal eben, bringt überhaupt nicht viel. Ich glaube, ich esse eben noch mal was. Was könnte ich denn mal essen? Wir haben nichts Kleines, ne? Das ist zu viel. So, so überstehen wir die Nacht auf jeden Fall. Ohne auch gleich sofort wieder was essen zu müssen. Gut. Wir werden garantiert wach werden von den Zombies, die nachts rumschleichen. Aber das ist mir jetzt egal. Ich weiß ja jetzt, was mich hier erwartet. So nochmal eben einmal speichern. Und dann, es ist 8 Uhr, das heißt, oh Gott, 10 Stunden, ey. Versuchen wir es. Ja, ja, I heard something. Da kann ich nicht drauf Rücksicht nehmen. Jetzt haben wir, oh. Eine Stunde haben wir geschlagen. Da hört man das Geräusch wieder, der Zombies. Sieht gut aus. Die Fatik hat sich nicht aufgefüllt, ne? Jetzt gucken wir mal eben vorsichtig raus. Durch die Fenster kannst du auch nichts sehen, ne? Also richtig rausgucken kann man eigentlich nicht. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Ja, okay, sehr gut. Äh, pass auf. Water purifier. Wir brauchen einen, 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 einen Eimer. Weil Wasser ist unser nächstgrößeres Problem. Und dann müssen wir jagen gehen. Äh, ein Eimer, ein Bucket. Wir brauchen Metal Scraps. Oh, hier ist auch noch was drin. Einen Eimer brauchen wir. Dann brauchen wir Feuerholz. Ich habe auch eine Axt dabei. Drei. Feuerholz. Feuerholz. Ich habe die Säge nicht mitgenommen, ne? Kann ich Feuerholz so machen? Kann ich Firewood. Okay, machen wir. Dauert nicht ganz so lange. So. Alles klar. Firewood. Hä? Was fehlt denn jetzt noch? Das ist komplett. Ach, ein Stein. Ein einziger Stein fehlt mir noch. Alles klar. Wo habe ich den hingetan? Steine. So. Fertig. Okay. Water barrel. Water barrel. Water barrel. Da. Bretter. Bretternägel. Das können wir eigentlich mal eben draußen hinbauen. Weil ich dann auch gleich mir das schon... Ach, ich brauche noch einen Eimer. Water barrel. Water barrel. Water barrel. Water barrel. Ich baue das mal eben hier hin. Was fehlt mir? Ach, eine Säge. Säge, Säge, Säge. Säge, Säge. Wo ist die Säge? Räge, Räge, Räge. Suche ich die Säge, Säge. Bretter haben wir auch noch. Die brauchen wir gleich noch. Wo habe ich denn die Säge hingetan? Da. Schwupps, das Inventar gleich voll, ey. So, jetzt brauche ich noch zehn Nägel. Nägel hatte ich auch schon irgendwo hier rumfliegen. Restliches Feuerholz packe ich mal eben da hin. Da sind noch Sticks. Sticks. Fertiger Stick. Weg damit. Die kleinen hier. Oh Gott, ich muss hier unbedingt sortieren. Nein. Ich hatte doch schon Nägel. Hatte ich nicht. Hatte ich. Halt. Hatte ich. Ich hatte hier irgendwo Nägel. Da. 28 Stück. Und da war auch noch eine Säge. Ja, ja, ich muss noch mal beim nächsten Nebel vielleicht einfach mal Pause machen mit dem Aufnehmen. So, jetzt brauche ich noch einen Eimer. Und dann gehen wir mal eben erstmal Wasser holen, damit wir richtig schön viel Wasser haben. Viel Eimer, Eimer, Eimer. Oh, jetzt brauche ich wieder Scraps. Da waren noch ganz viel Scraps. Haben wir auch genügend. Hier, Komponenten fehlen mir. So, noch einen Eimer basteln. Wir können auch, glaube ich, mit einem erstmal rumhantieren. Das müsste einfach reichen. So, pass auf. Auto brauchen wir erstmal noch gar nichts zu machen. Ich packe mal das hier aus dem Inventar raus. Wie sieht es aus? Ja, wir könnten was essen und was trinken. Ich packe mal die Sachen weg. Den Eimer brauche ich gleich noch. Ja, das ist ein Ansatz von sortiert, aber es ist nicht so wirklich. Mache ich da nochmal in Ruhe. Essen. Und dann trinke ich da nochmal eben was. Und dann holen wir uns jetzt erstmal eben ein Fass voll dreckigen Wassers. Was wir dann so nach und nach destillieren werden. Was wollte ich jetzt hier noch? Was wollte ich jetzt hier noch? Matches mache ich mal eben hier rein. Was trinken. Trinken. So. Ja, die Fahrtick ist natürlich ein bisschen doof, dass sie nicht aufgerätzt ist, aber gut. Und dann könnten wir vielleicht die Säge holen. Aber so wichtig ist die jetzt gar nicht, die Säge. So wichtig ist die nicht. Wir holen uns erstmal Wasser. Wasser ist wichtig. Wasser ist richtig, richtig, richtig wichtig. Dass wir schon mal eine Wasserquelle haben, also eine Trinkquelle, eine stetige. Oder zumindest eine gute Wasserquelle haben. Und da muss ich mir langsam Gedanken machen, als nächstes würde ich vielleicht ganz gerne zur Siedlung. Ämpfel. Gibt man das nicht auch so? So. Ist das schneller geworden oder kommt mir das nur so vor? Ne, das ist nur droppen. Okay, schade. Phil. So, dann müssen wir 100 passen noch rein. Gut. Das machen wir. Und dann nehmen wir noch einen Eimer extra mit. Ne, dass wir, wie gesagt, Wasserquelle ist schon mal wichtig. Und dann werde ich gleich Drainwax bauen. Die brauchen wir dringend. Und wir müssen für alles schon mal ein Swap und Drainwax brauchen wir zum Fleisch trocknen, zum Gedärme trocknen. Und dann möchte ich eventuell meine wertvolle Muni tatsächlich mal auf den Bären loslassen, weil wir brauchen Fleisch. Und der Bär ist momentan die sicherste Quelle. Ich weiß nicht, wie man Hirsche jagt. Und die waren auch weiter weg, die Hirsche. Bei einem Hotel ist ein Bär. Und ja, der ist... Was war denn das? Der erscheint mir momentan als sicherste Fleischquelle. Also von daher, ähm... Ach. Würde ich sagen, müssen wir den Bären probieren. Das müsste ich aber dann von der anderen Seite machen. Ich kann das nicht von hier aus. Dann müssen wir einmal um das Banditenlager drumherum und von der anderen Seite aufs Hotel zu kommen. Das Hotel haben wir ja auch noch nicht gelotet. Da müssten auch wieder Zombies drin sein. Wir schauen mal. Aber jetzt erst mal Wasser. Erst mal eben Wasser. Das ist zwar jetzt müßig. Aber es ist überlebenswichtig. So. Jetzt haben wir 90. Da haben wir insgesamt 110 Liter, die wir dann gleich mitnehmen können. Damit kommen wir erst mal eine Weide. Und wir können dann zwischendurch, vielleicht erarbeite ich mir zwischendurch noch was... Obwohl, dann hat das Spiel schnell wieder an Spielbarkeit verloren. Wenn ich jetzt wirklich irgendwas außerhalb des Spiels mache. Also theoretisch müsste ich das jetzt durchziehen. Und, ähm... Ach, ist schon. Okay. Gut. Wir haben 110 Liter Wasser. Wir können den Water Purifier schon mal anschmeißen. Das heißt, wir brauchen Feuerholz. Das heißt, langfristig brauche ich eine Repair Bench. Und langfristig brauche ich eine Schmiede. Ich kann den Blaupausenmisch mal hinsetzen. Und dann einfach gucken, was wir dafür brauchen. Das Wasser kommt rein. Das Water Barrel. Damit wir da immer Zugriff drauf haben. Und theoretisch müsste ich noch eins bauen. Fällt mir gerade so ein. Hallo. Danke. Damit wir eben da auch noch... Nein. Shit. Warte. Oh, jetzt leckt es gerade. Ach, komm. Dann eben so. Einmal durch. Einmal drehen. Das ist nicht schön, aber das muss auch jetzt nur zweckmäßig sein. Ähm, pass auf. Dann machen wir jetzt hier die 10 Liter rein. Oh, dass man das immer noch so einzeln einstellen muss. Gift. So. Das sammelt sich ja erstmal hier. Das heißt, ich lasse den Eimer mal hier drin. Na, dann habe ich den nicht extra im Inventar. Und, ähm, jetzt brauchen wir Matches. Firewood, das ich weggepackt habe. Ganz schlau. Bist du hier reingepackt? Nur noch drei haben wir, okay. Das heißt, ich muss nochmal Firewood machen. Äh, nein. Das war das hier. Firewood. Matches und... Ähm... Borke brauchen wir. Matches habe ich gerade hier irgendwo reingetan, ne? Da waren sie. Okay. Dann fangen wir mal an zu destillieren. Und Distill. Sehr schön. Dann mache ich den Rest eben wieder hier rein. Zack, genau. Überlegen, überlegen, überlegen. Blaupausen. Und Material sammeln. Vielleicht ein oder zwei Bäume fällen. Also, pass auf. Ich würde ganz gerne bis zum Carport... Ich weiß nicht, ob die dann innerhalb dieses Radios hier spawnen würden. Ich weiß nicht, wie groß das sein darf. Na, also wenn ich da hinten einen Zaun machen würde, logisch. Dann würden die Zombies auch innerhalb des Zauns spawnen. Hm. Vielleicht das Carport. Das Carport kann ja ruhig draußen stehen. Dann würde ich fast so sagen, dann mache ich hier so relativ eng einen Zaun, dass wir hier noch vernünftig laufen können. Und uns eben auch bei Nebel fortbewegen können. Die Schmiede passt hier nicht rein, ne? Oder dass wir zumindest geschützt sind. Kann ich hier eine Schmiede reinbauen? Kann ich überhaupt eine Schmiede bauen? Gute Schild. Da sollten wir auch noch mal... Das sollten wir basteln. Eine Schmiede. Black Mist Place. Oh, passt hier rein. Aber es ist natürlich... Es ist natürlich... Es ist fast schon... Könnte man machen. Könnte man fast schon echt machen. Weil dann können wir wenigstens unabhängig vom Nebel... Also da uns... Das sieht doof aus, oder? Sieht das doof aus? Aber wir könnten es benutzen. Ja, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Es mag bescheuert aussehen, wenn es gebaut ist. Aber wir könnten dann auch zur Not bei Nebel... Ja, ist mir egal. Es ist eigensinnig, aber es ist mein Stil. Kann ich da schon irgendwas reinhauen? Nein, weil der Hammer mir fehlt. Alles klar. Ähm... Hammer, 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 Hammer... Hammer, 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 Hammer... Nein? Da. Hammer. Ah, hier ist es. Hammer, Hammer... Habe ich überhaupt was, was ich reinhauen kann? Nein, habe ich nicht. Okay, wir gehen mal ein bisschen was sammeln. In der Zeit kann ich mal kurz in mich gehen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Drain-Rack. Das baue ich gleich nochmal eben auf. Dafür brauchen wir auch noch ganz viel. Ähm... Da habe ich das Messer? Ist das das Messer? Das war das Messer. Okay. Okay. So, Borke werden wir ganz viel brauchen. Aber die Schmiede brauchen wir dann auch sehr, sehr schnell. Weil wir eben... Jetzt sind hier auf einmal überhaupt keine Sachen mehr. Ich brauche den Kram noch. Steine. BTC. Da liegt ein... Ja, das ist aber ein normaler Stock. 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 Ich bräuchte... Branches. Stein, Blaubeere. Crops müssen wir dringend machen. Ganz, ganz dringend sogar. Bislang war da immer noch ein Bär, ne? Das ist aber, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, die sind tatsächlich seltener geworden. Was nicht verkehrt ist. Weil ich wage zu bezweifeln, dass in der freien Wildbahn so viele einzelne Bären in so einem engen Radius beieinander leben können, ne? Also ich glaube, da gibt es auch dann Revierkämpfe. Das ist dann sicherlich nicht so vorgesehen. Die Geräusche hier manchmal, ne? Ja gut, ich suche mal auf der Straße. Da lag, glaube ich, auch eine Menge rum von dem Kram. Da, die brauchen wir jetzt alle. Eigentlich alles. Leaves schon mal. Pfeile, Pfeil und Bogen. Da brauchen wir einem Bären nicht zu kommen mit Pfeil und Bogen. Aber Pfeil und Bogen sind hervorragend bei Banditen, wenn man trifft. Und eben halt auch, ich könnte mir vorstellen, dass wir das Bild damit erlegen können, wenn wir uns anschleichen. Müsste wahrscheinlich aber ein hervorragender Treffer sein. Hatte ich hier schon? Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Dann hatten wir den schon. Steine brauchen wir auf jeden Fall ein paar. Ach, Blau werden. Okay. Gehen wir hier so vorsichtig lang. Nicht zu dicht dran, weil wir wohnen... Ich habe das Gefühl, das ist dichter an einem drangerutscht. Das Banditenlager. Hatte ich die Autos schon? Ich bin mir nicht so sicher. Und schön wäre tatsächlich ein Nachspawn. Das muss nicht ständig sein, aber so viele Sachen dürften meinetwegen... Oh, das lohnt sich. Meinetwegen nachspawnen nach einer gewissen Zeit, nach einem gewissen Intervall. Okay, der Bär scheint jetzt echt weg zu sein. Was nicht verkehrt ist. Äh, Phil Ken. Sehr gut. Da hinten ist das Hotel. Und da ist das Banditenlager. Okay. Ist hier noch irgendwas im Auto? Da! Beef Ken. Sehr schön. Muss nur genauer gucken. Das sind die kaputtbaren Autos. Wir können uns doch hier noch ein bisschen aufhalten. Schon mal ein bisschen die Gegend kennenlernen. Das ist nicht verkehrt, um zu wissen eben halt... Ähm, um zu wissen eben halt, das ist das, was ist das für ein Satz? Um halt zu wissen, wo Bären sein könnten. Also wie gesagt, die fiesen, großen, plüschigen, knuddeligen, süßen, kleinen Teddybären. Und nicht die Blaubeeren. Hier war der. Das ist auch ein Stein. Das ist die eine Hütte. Mit den Zombies. Könnten wir auch nochmal unser Glück mit versuchen. Würde ich aber eher nicht so sagen. Weil ich glaube, das ist Verschwendung. Also wenn ich da jetzt nicht die mit dem Schild und der Machete zum Beispiel bekämpfen kann, dann brauche ich das gar nicht erst anzufangen. Das gehört schon zu den Banditen. Na, dann kommen wir mal jetzt nicht dran. Schade. Das ist noch nicht so ergiebig gewesen. Wir haben noch nicht einen Reifen gefunden, ne? Ich glaube, der nächste größere Ausflug, der geht in Richtung Siedlung. Was doof ist, weil das zu Fuß zu machen, ist schon ganz schön heftig. Da müssen wir uns eben ein bisschen was zu essen, was zu trinken einpacken. Ansonsten nur das Nötigste. Und dann müssen wir das einfach mal tun. Ich habe so eine Sperre hier lang zu gehen, weil das jetzt mal hier ein Bär war. Da müssen wir uns eigentlich von Safe House zu Safe House und von Auto zu Auto hangeln. Also immer mit Blick, dass wir innerhalb einer gewissen Zeit in ein sicheres Haus oder ein sicheres Auto springen können. Und dann müssen wir einfach mal eine weitere Reise machen. Wir finden da garantiert noch irgendwo einen Koffer oder einen Locker, wo wir dann auch Beute mitnehmen können. Also muss ich auch nichts mitschleppen. Das hätte ich ja gesagt, nehmen wir den gleich mit. Aber wir müssen schnell unterwegs sein mit leichten Gepäck. Das wäre, glaube ich, am einfachsten. Ich gucke mal eben. 22 Minuten. Ja, ich sollte langsam die Folge beenden. Dass es nicht wieder so lange wird und ausartet. So. Federn nehme ich sehr gerne. Dann kann ich auch vielleicht schon einfach mal ein paar Pfeile bauen. Denn die werden wir ordentlich benötigen. Weil einen Bogen kann ich, glaube ich, noch nicht. Dafür brauchen wir Lashings. Und ich habe noch nicht ein Lashing gefunden. Wir halten uns heute einfach mal hier auf. Und dann eventuell... Oh, voll? Eventuell überlegen... Ja, guck dir das mal an hier. Hier, die stacken doch. 99, die stacken auch. Es ist doch nicht wahr. Was ist das? Weißt du, die blöden Blaubeeren. Wir könnten auch gleich mal gucken, was wir brauchen, um einen Crop anzulegen. Beziehungsweise eins zu bauen. So. Nicht lang schnacken. Wir brauchen einen Giant Rack. Ist das größer geworden? Das sieht irgendwie größer aus. Das stellen wir ruhig hier hin. Da brauchen wir Lashings für und Sticks. Und zwar sieben Stück. Ich habe keine Sticks. Das können wir mal machen. Ach, mehr als... Mehr als fünf kann ich nicht machen. Okay. Schade. Das ist ja doof. Aber hier ist eine Feder gespornt. Also einen Dragon Rack brauchen wir. Croc... Äh, Quatsch. Crock-Pot ja hier. Nein, nicht Don't Staff. Äh, Cooking-Pot. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht einmal benutzt. Weil man immer mehrere Gemüsezutaten brauchte, um sich sowas zu... Ach, guck mal. Man kann... Kann man jetzt auch dann Wasser damit kochen? Ging das vorher auch schon? Kaffee. Also die Zutaten haben wir niemals gehabt. Ah, ja, ja. Und das Enemefett. Okay. Brauchen wir aber jetzt nicht zwangsläufig. Das ist zweitrangig. Einen Tanning Rack könnten wir uns schon mal ebenfalls hier hinstellen. Dann haben wir es. So, was brauchen wir noch an Ausstattung? Tanning Racks. Workbench haben wir schon. Black Myth auch. Die Moonshine Still. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Die Saw Machine brauchen wir nicht. Die können wir... Oh ja, hier. Die ist nämlich schön teuer. Die holen wir uns dann nochmal. Die Repair Bench bräuchten wir dringendst. Die Reloading Bench, so lange sind wir doch lange nicht. Wir könnten auf dem Weg, wenn wir zur Siedlung gehen, dann können wir auch eigentlich gleich mal in die Mine reingucken. Wobei ich Angst habe, dass die Mine schon jetzt anders ist. Sowas finde ich auch cool. Würde ich mir auch gerne nochmal extra hier herstellen. Aber es ist ganz schön teuer. Alter Schawitzki. Diese Möglichkeiten. Im Bett könnten wir uns auch hinstellen. Das geht nicht, weil ich keine Schaufel habe. Die Frage ist, ob man sich eine Schaufel dann am Dings bauen kann. So, dann mal jetzt hier Butter bei die Fische. Wir brauchen... So Steine müsste ich aber doch eventuell... Zwei Stück. Wir brauchen 30 Nägel. 30 Nägel. 20 Komponente. Never ever habe ich die. Ich weiß, was wir tun. Ich weiß, was wir tun. Da brauche ich auch Lashings für. Fürs Dryhand-Rack, weißt du? Das Dryhand-Rack brauche ich, um mir... Die Säge lasse ich jetzt mal hier. Die Axt würde ich gerne mitnehmen. Nehme ich die mit? Ne, komm, die bleibt hier. Die Sachen nehme ich mit. Die Crowbar nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das ist die 9mm-Monie. Dann packe ich mir das Messer gleich mal eben raus. Das Dryhand-Rack brauche ich, um langfristig mehr Lashings machen zu können. Ja? Und ich brauche aber schon ganz viele Lashings, um mir einen Dryhand-Rack machen zu können. Das wollte ich eigentlich eben gerade sagen. Es hat etwas länger gedauert. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Ich nehme mal eben eins davon mit. Das macht Hunger und Durst. Und was zu trinken nehme ich mir gleich mit. Das packe ich gleich nochmal aus dem Inventar. Die packe ich mal eben weg. Wir gehen mal eben los. Es ist schon nachmittags. Es ist schon nachmittags. Ärgerlich. Ärgerlich. Aber wir müssen mal eben los. Solltet ihr den Speer mitnehmen? So, Säge, Armer, den Speer mitnehmen vielleicht. Ich packe mal eben das Messer. Wieso kann ich das Messer nicht? Ach so, ich muss das austauschen. Wo ist die 9 Millimeter? Wo ist die 9 Millimeter? Da ist sie. Die nehmen wir definitiv mit. Ne, das Essen brauche ich jetzt auch nicht. Ich nehme die 9 Millimeter mit. Die Mariete mache ich mit da drauf. Hallo? Wieso geht das nicht? Wieso kann ich das nicht austauschen? Hä? Hä? Das ist doch doof. Warum geht das nicht? Hä? Wieso geht das nur auf eine bestimmte? Ich kann das nicht, weil ich es in der Hand habe. Ah, ja, ja, stimmt. Das alte Problem. Ich habe es in der Hand. Ich kann es nicht aus der Hand nehmen. Okay, Entschuldigung. Mein Fehler. Ich nehme das Messer trotzdem mit. So. Laden. Da haben wir immerhin 10. Und hier haben wir 8. Okay. Was will ich jetzt eigentlich? Die Saw-Machine holen. Und zur Schmiede. Jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte zur Schmiede. Und was brauche ich dann da für die Schmiede? Richtig? Wenn wir überhaupt irgendwie annähernd was bauen wollen. Wahrscheinlich fehlt mir dann wieder irgendwas. Aber wenn wir annähernd was bauen wollen. Was wir brauchen. Vielleicht eine Schaufel oder sowas. Dann brauche ich Scraps, um Metallwaren einzuschmelzen. Und wir könnten auf dem gleichen Weg mal eben noch die Saw-Machine holen. Die brauchen wir nicht zwangsläufig. Aber dann haben wir sie auch zu Hause. Wir können sie auf dem Rückweg mitnehmen. Und dann rennen wir jetzt eben einmal zur Schmiede. Und vielleicht. Ich kann das ja erstmal in Gang bringen. Ich muss ja nicht auf die Barren warten. Ich weiß nicht. Die brauchen glaube ich auch so 20 Minuten locker. Aber dann habe ich wenigstens schon mal Metallbarren. Und mit den Metallbarren können wir auch schon ein bisschen was beschicken. Und mehr basteln. Weil das mit der Schmiede, bis ich die fertig habe. Das wird glaube ich dauern. Wenn ich das richtig sehe. Das wird glaube ich dauern. Dieses aussetzende Sound-Sample, ne? Das ist draußen, okay. Da ist das Holzlager. Ich finde das ganz witzig. Oh, wir müssen die Folge beenden. Wir sind bei über einer halben Stunde. Warum sagt ihr denn nichts verdammt nochmal? Das kann sich kein Mensch antun, solche langen Folgen. In der nächsten Folge geht es dann für euch weiter. Ich mache jetzt nochmal eben ein bisschen weiter. Und dann sage ich bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und alles Liebe wünscht euch Lissi.